so ich habe ja heute den faltbaren wasserkanister ich gehe mal ganz kurz in die totale so sieht er also aus der ist auch jetzt zu einem drittel mit wasser gefüllt einfach nur mal um zu sehen wie das da auch so raus läuft mach das jetzt auch zum ersten mal das soll ich sagen, es bleibt und steht auch wieder hundertprozentig dicht ab da ist es ein bisschen nachgelaufen jetzt als ich den hoch gehoben habe ja das war aber da noch im Hahn noch drin so ist er dicht ja vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ja vielen Dank Untertitelung des ZDF, 2020